Herzlich willkommen zurück bei Sniper, jawoll! Wir machen weiter, fortfahren, jawoll! So, mal gespannt, wie es weitergeht. Erste Mission war schon sehr geil, muss ich wirklich sagen. Hä? Da war wohl ein Speicher weg. Missionsziele bleiben unverändert. Sichern Sie die Position für den Angriff auf das Hotel. Uniform out. Okay, drücke um Enter, um zu Beginn machen wir doch glätt. Alle Teams Funkgeräte prüfen. Racer 3 Swarm verstehe laut und klar. Uniform. Hier ist 3-1 verstanden. Wir hören dich. Over. Sekundärziel. 3-1 nimmt Position an der Basis. Die Basislinie der Anlage ein, wo unser Mann mutmaßlich gehalten wird. Dort wartet er auf Unterstützung von Anderson. Im Klartext, wenn Sie keine Kameraden erspähen können, ist die Rettungsaktion abgebrochen. Wir haben keine Zeit, verstecken zu spielen oder um Fehler zu machen, Leute. Anderson, unser Kommunikationsoffizier, Lieutenant Vance, wird Sie zum Ziel leiten. Wir können unsere UAV-Drohne einsetzen, wenn das Radarsystem blind ist. Lange nicht gesehen, Anderson. Vance, wie geht's Gordon? Ist seit einer Weile als Söldner beschäftigt. Lange nichts von ihm gehört. Wir warten alle darauf, dass er zurückkommt. Ah, ich mochte den Knaben. Er hat nie viel geredet, aber er war verdammt effektiv. Er telefoniert, wir warten mal noch. Ich bin echt. Hey, verdammt, schau mal auf. Du bist auf der Schöne, schau mal auf. Und hier gibt es nichts von ihm. Wenn du willst, schau mal deine Worte, schau mal durch mich. Okay, da haben wir einen. Es sind auf jeden Fall mehrere. Alles dichter. Ja, dann sieht man nicht so gut. Mal gucken, wie wir die kriegen. Oh. Jawohl. Wir müssen nämlich die Shift-Taste gedrückt halten. Das habe ich vorher immer losgelassen. Nicht blöd, Mann. Äh, hier nicht lang oder was? Wo müssen wir hin? Wo ist unser Punkt? Hä? Da müssen wir hin, alles klar. Opsa. Hat er doch vorhin nicht angezeigt, oder? Also zumindest habe ich nichts gesehen, Leute. Im Radar wird noch nichts gezeigt. An Leute. Da sitzt ein Sniper, oder? Oh, wir haben mal gerade Glück gehabt hier. Wir haben aber keine Muni. Nee, F drücken und Punkte zum Abschluss 12. Okay, F. Razor 3-2 in Position. 3-2, ich beobachte dich. Roger Unterstützung. Wir stehen bereit für dein Signal. Finde unseren Mann, Anderson. Observiere das Gebiet 3-2. Hier sind verschiedene Gebäude, die potenziell das Ziel enthalten könnten. Ich bin dran. Ja, ich rede extra nicht viel bei dem Spiel, weil sie auch viel reden. Und aus dem Grund werde ich das... Das ist ein Gebäude, das wie ein Restaurant aussieht. Oder zumindest war es mal eins. Vier Männer vor Ort. Aber sie scheinen niemanden speziell zu beobachten. Eine Geisel wäre besser bewacht. Die Jungs sind Profis. Schau woanders. Äh, was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, auf die... Ich sehe die Jacht in der Anlegebucht. Sieht ruhig aus. Die haben sicherlich schon ausgepackt. Trotzdem kann ich neuen Feinde zählen. Lass das unsere Sorge sein. Sieh dich weiter um. Eine Mi-17 am Hubschrauberlandeplatz. Vier Ziele in Sichtweite. Aber keine Zielperson zu sehen. Over. Verdammt. Bingo. Bestätige die Lage der Zielpersonen. Großes Apartment mit Glaswänden. Im nordwestlichen Teil der Anlage. Kannst du seinen Status ermitteln, Razer? Positiv. Er lebt, aber sie bearbeiten ihn. Empfehle sofortiges Eingreifen. Alle Teams grünes Licht für Angriff und Sicherstellung der Zielpersonen. Erledigen Sie das fix und schnell. Keine Fehler. Gut verstanden, Uniform. Waffen bereit, Männer. Macht euch bereit. Wir mischen die Party auf. Auf dem Weg zum Apartment habe ich verschiedene Engpässe identifiziert. Ich werde koordinieren, sobald ihr darauf trefft. Verstanden. Wir sind an Land. Vorwärts zum ersten Engpass. Keller. Wenn wir uns in zwei Teams aufteilen, können wir mehr Fläche abdecken und fallen auch nicht so auf. Gute Idee. Nickels, du gehst mit Dias. Komm es mit mir. Wir umstellen das Apartment von beiden Seiten. Okay. Ja, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall nicht viel reden. Wenn Abwendig quasseln, werde ich den Mund halten. Ich will das jetzt wirklich mal richtig probieren. Ich versau mir ja viele Video-Szenen für euch. Mit meinem Gesülze. Kontaktpatrouille kommt aus dem Bootshäuschen. Nickels mir nach. Anderson, nicht schließen. Wir sollten so leise wie möglich sein. Okay, aufgeräumt. Wir sind bereit. Wir haben die lange Treppe erreicht. Ein Scharfschütze auf dem Gebäude wirft ein Auge drauf. Macht ihn ruckzuck platt. Habe verstanden. A wall down. Direkter Treffer. Die Treppe hoch. Beeilung. Rücke vor. Okay, Pitstop. Ich sehe zwei Ziele. Na klar. Ziell. Lass sie uns gleichzeitig ausschalten. In drei. Zwei. Zwei. Eins. Perfekt. Wir sind bereit. Razor 3-2. Unser Vorringen ist gefährdet. Okay. Zwei Scharfschützen sind am westlichen Teil der Insel. Auf dem Dach. Ich kann denen nicht vor der Nase herumlaufen. Ich brauche Hilfe. Verstanden. Das ist mein roter Punkt. Verstehe ich nicht. Jetzt kommt er. Nummer eins. Ziel eins eliminiert. Jetzt die zweiten Anleitung. Jawohl. Zwei. Was für eine Riesenscheiße. Zwei Feindgruppen oben und unten. Fünf insgesamt. Die oben haben Priorität. Wir stehen bereit für deinen Einsatz. Komm, gib mir den roten Punkt. Rams. Abschluss bestätigt. Und jetzt den zweiten. Oh. Ey. Erwisch ihn, bevor die fliegen. Ihr darfst weg. Alle ordentlich unter den Teppich gekehrt. Verstanden. Wir können das... Scheiße. Dein Ziel ist auf dem Boot zu hängen. Bedien dich. Bereich ist frei. Roger. Weiter geht's. Das mit dem Wind einrechnen, ist gar nicht so einfach. Sind am Hubschrauberlandeplatz. Anderson, drei Ziele für dich. Wir sind in schlechter Position. Diesmal bist du allein. Versuch einen Doppeltreffer zu landen oder warte, bis sie sich den Rücken zudrehen. Roger. Guter Schuss. Zack, den Halt weggefetzt. Vorsicht, Hubschrauberpilot. Schnüffelt rum. Er hat den Schuss gesehen. Bring die Lage in Ordnung. Schnell. Jetzt sind wir am Arsch. Nein. Hab ihn. Okay, südlicher Weg. Sauber. Letzter Engpass. Wir brauchen Hilfe mit dem Typen im Gebäude. Er schaut auf den Hof. Wir können ihn da nicht gebrauchen. Er muss weg. Okay, ich brauche ja mal schon Kaffee hier. Mein ganzer Maul ist trocken. Alles klar. Abschuss bestätigt. Schalte einen der Soldaten aus, die gerade reden. 3-2. Ich bin dran. Kriegen wir nicht beide? Beide. Schalte einen der Soldaten aus, die gerade reden. Ziel, linke Seite. Hä? Wo? Da. Scheiße. Mach ihn alle, bevor ihr jemanden alarmiert. Kumba. Ja. Wir sind bereit zum Angriff. Yes. Wie läuft es bei dir? Okay. Wir müssen sie ablenken. Wenn wir sie nicht dezimieren, bevor wir reingehen, sehen wir alt aus. Ich hab ne Idee. Habe einen großen Kraftstofftank am Hubschrauberlandeplatz so spät. Du hast ein paar Claymores, oder? Ah, darauf willst du hinaus. Wir vermieden die Treppe und machen dann ein bisschen Alarm. Keller? Hört sich nach einem Plan an. Wir hauen rein, sobald die Minen hochgehen. Okay, Cole. Du führst an. Die Show beginnt auf dein Zeichen. Guter Schuss. Und auf geht's. Abwarten. Strike. Die Show beginnt. Los, los, los. Auf mein Kommando. Die ist mir nach. Zurück. Ihr werdet beschossen, Cole. Errasse das Feuer auf Sie. Scheiße. Enderson, Angriff. Angreifen. So. Gute Arbeit. Weiter jetzt. Haben wir doch. Die werden ja so hysterisch, Leute. Es sind doch nur ein paar Kugeln. Vorrücken. Schieß doch nur mit. Komm, es gibt in Deckung. Feind rechts. Sauber. Zweiter Stock sauber. Keine Geisel in Sicht. Los, los, los. Ziel in Sicht. Anderson, wir haben ein Problem. Die Geisel hat eine Waffe am Kopf. Warte. Die versuchen, den Söldner für dich rauszujagen. Okay, verstanden. Du bist umzingelt. Waffe weg und ich verspreche, dass dir nichts geschieht. Hände hinter den Kopf und sieh. Sieg dich, du Mudak. Denkst du, ich bin blöd? Ihr drei, wirf die Waffen weg. Oh, ne, Habe. Wie näher kommt, ist der Tod. Schalt! Keinen Schritt weiter! Leg dein Gewehr! Haben wir einen von uns? Er ist in schlechter Verfassung. Uniform Medivac wird angefordert. Verstanden. Helikopter geht jetzt... Willst du Infrarot nutzen, um ihn zu lotsen? Bestätigt. Gute Arbeit, Teams. Keller, Sie und Ihre Männer sichern die Position und warten auf unseren Vogel. Wir werden auch Nachschub und zwei zusätzliche Einheiten schicken. Anderson gehen sie voraus und säubern den Weg zum Hotel. 3-1 wird den Treffpunkt per Funk durchgeben. Alles klar. Ich bin dran. Gute Show, Anderson. Gleichfalls. Bis später, Jungs. Wie ist die Lage im Gebiet vor uns, Lieutenant? Mehr Höhlen und Klippen, die sich zu einem Resort-Bereich öffnen. Ist stark bewacht und man kann nicht sagen, ob während des Angriffs Kommunikationen durchgekommen sind. UAV bewegt sich zum Overwatch. Ich bin dran.